hallo und herzlich willkommen zurück bei drug dealer simulator so ich habe schon die bestellung herangeholt wir haben wieder und wir können wieder ja ich weiß habe gesagt ich wollte dann weitermachen hier weiter hochschieben das werde ich jetzt auch machen ein bisschen weiter sprühen hier noch is all town zum beispiel bei uns hier ist dann slums da muss ich mal gucken ob ich da wirklich sprühen kann aber ich glaube nicht ich glaube nicht und noch was ich möchte gerne mit euch mal hier pflanzen reinsetzen und versuchen also statt firecracker mal andere pflanzen zu nehmen und immer anschauen wie es aussieht wie die anderen pflanzen sind vielleicht kann man ja mit die pflanzen irgendetwas machen ich bin mir nicht sicher aber ich vermute mal mit die pflanzen kann man noch schneller ding dingens herstellen hier ecstasy heroin und so ein kram ist ich vermute mal das wird dazu sein deswegen bin ich hier wieder am anfang stadt anfang stadt ja sektor a und ich würde schon gerne ein bisschen weitermachen also wir haben hier jemanden der möchte 53 gramm johanna und so das können wir ja direkt machen 353 produkt verpacken mache ich jetzt einfach mal einmal 50 und einmal 3 also und ansonsten werde ich mal versuchen noch hier ein bisschen rum zu sprühen hier drüben bei is all town es hat gleich hier wenn man raus geht rechts is all town da wo der typ steht genau und dann speicher ich das immer ab und dann ziehe ich los los les gos les gos i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day la i'm tired of shit and the coffee ain't here yet damn ain't that great i don't wanna go to work cuz my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cuz i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh Bis zum nächsten Mal. 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 Also werde ich jetzt ein paar Leute noch beschniffen lassen von den Firecracker, den ich hier gerade habe. Zehn Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin ja mal gespannt. Moment. Ähm. Gründen. Ja. Okay. Gras. Gras. Fee. Drops. Ganja. Gründerfee. Speed. Und 30 Gramm. Okay. Gut. Dann kann ich ja jetzt noch ein paar Handel machen. Also. Ich melde mich. Wenn ich dann fertig bin mit ein bisschen Handeln. So. Da habe ich die Leute beliefert. Das waren erstmal die Leute. Meine Deals Leute waren das erstmal. Die habe ich erstmal beschäftigt. So. Jetzt habe ich hier noch einzelne Kundschaften. Die müsste ich eigentlich auch noch beschäftigen. Ja. Die wollen nämlich auch was haben. Von dem was ich hier besitze. Ähm. Ich nehme erstmal für diese Folge auch alles an. Nicht auf. An. Ne. Also. Erstmal alles annehmen. Die wollen eh alle los. Naja. Fast alle. Das eine. Da ist schon jemand fertig. Und. Will Geld geben. So. Das behalte ich erstmal so bei mir. Nächste Folge. Werden wir dann weiter Handel betreiben. Äh. Ja. Ich habe auch gelevelt. Wie man sieht. 35. Und ich bräuchte mehr. Verkäufer. Vergrößert die Preise die du für ein Produkt verlangen kannst. Womit auch die Zahl der Verkäufe steigt. Verrägert die Zeit bis zum nächsten Einkauf eines Kunden und bis ein neuer Kunde auftaucht. Schlaukopf. Naja. Nicht wirklich. Okay. 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 Illusionist. Aha. Ja. Okay. Ähm. Naja. Lass ich jetzt erstmal so wie es ist. Wird noch weiter sammeln. Ähm. Sichtbarkeit. Ja. Ja. Wir sollen hier noch 500 Ruf erreichen. Ach. Guck mal an. Aktiver Verlauf. Verkauf. Ah. So kann man das auch. Ah. Interessant. Schön zu sehen dass man die Liste hier auch sieht. Okay. Gut. Das war's dann erstmal für diese Folge. Und wenn noch nicht geschehen ist. Abonniert meinen Kanal. Aktivierte Glocke. Um keine weiteren Drug Dealer Simulator auf meinen Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich dass ihr dabei wart. Genauso viel Spaß hatte dabei so wie ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Drug Dealer Simulator. Und das bleibt weiterhin spannend. Bis wir endlich mal hier alle Städte freischalten können. Ja. Wir hören und sehen uns dann bald wieder. Tschüss.